Hallo, wir sind hier an der Milchshake und Sandwich verkauft. Wofür verkauft ihr? Wir verkaufen für das Shanti-Projekt. Und was ist das genau? Also wir spenden für hilfsbedürftige Kinder in Nepal und ja. Und was verkauft ihr so direkt? Wir verkaufen Milchshakes, einmal Erdbeer, Schoko und Banane und einmal Sandwiches. Da Käse, Salami, Käse, Schinken und Nutella. Und wie lange macht ihr das schon? Seitdem der Bazar, also seit der fünften Klasse und halt immer zu Weihnachten am Bazar. Schön, das war der Stand der Klasse 18.